Unsere Welt ist vielfältig, farbenfroh und lebenswert. Deshalb haben wir in den letzten zehn Jahren zwei Millionen Bäume gepflanzt, um tausende Tonnen CO2 zu binden und als erster Automobilhersteller den Diesel-Russ-Partikelfilter HDi-Fab seienmäßig eingeführt. Heute ist Peugeot dank der Blue Lion Modelle mit einem CO2-Ausstoß von maximal 120 Gramm pro Kilometer Marktführer in Europa. Die Blue Lion Modelle von Peugeot. Erleben Sie alle neuen Citron und Peugeot Modelle beim Autohaus Babyon in Göppingen im Industriegebiet Ost. Kommen Sie vorbei und testen Sie jetzt unseren neuen Peugeot Umweltmeister oder einen unserer Qualitätsgebrauchtwagen. Und am Samstag und Sonntag erleben Sie bei uns den neuen Peugeot RCZ. Freuen Sie sich auf ein Fest für die ganze Familie, gewinnen Sie attraktive Preise und erleben Sie kulinarische Genüsse bei der Deutschlandpremiere des jüngsten Modells der Peugeot-Familie. Auto Babyon Göppingen, Esslinger Straße 15 im Industriegebiet Ost. Übrigens, Auto Babyon finden Sie auch in Markstadt, Schöneich, Herrenberg und Esslingen.